Nachdenkseiten Die kritische Website Hashtag alles dicht machen Das Ende des Schweigens Von Jens Berger Lange hat es gedauert, doch endlich haben mehr als 50 namhafte deutsche Schauspieler ihr Schweigen beendet Und beziehen offen kritisch Stellung zu den Corona-Maßnahmen Und zwar keinesfalls nur aus der Perspektive des Kulturbetriebs Sondern in einem grandiosen Rundumschlag aus kurzen Videoclips Die bitter ironisch persiflieren, was alles schief läuft Chapeau Wie kaum anders zu erwarten, haben sie damit in ein Wespennest gestochen Die Lockdown-Fraktion in den Medien schäumt vor Wut Und sparte bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Clips Nicht mit Nazi-Vergleichen und Schlägen tief unter der Gürtellinie Saublöde Populisten seien diese Schwurbler Die Wirresraunen, Unrat verbreiten und rechtsradikale Propaganda verbreiten Frei nach Lenin Sag mir, wer dich kritisiert Und ich sage dir, was du richtig gemacht hast Im Februar fragte Tobias Riegel auf den Nachdenkseiten Wo denn die kritischen Künstler hin seien Und beklagte die Ignoranz der sozialen Fragen durch Teile des Kulturbetriebs Und erst in dieser Woche legte der Kollege noch einmal nach Und beklagte einmal mehr das dröhnende Schweigen der Zivilgesellschaft Riegel wurde erhört Anmerkung Die Kampagnenseite allesdichtmachen.de ist zur Zeit nicht erreichbar Wahrscheinlich hält der Server der Nachfrage nicht stand Die Videos sind jedoch auch direkt über die YouTube-Playlist der Kampagne erreichbar Zumindest noch Mit ein wenig Optimismus hätte man ja zumindest erwartet Dass sich endlich einmal namhafte Vertreter des Kulturbetriebs zur prekären Situation der Kultur geäußert hätten Die im nunmehr als ein Jahr andauernden Ausnahmezustands vollends unter die Räder gekommen sind Doch alles dicht machen beschränkt sich zum Glück nicht auf die eigene Branche Sondern greift in den einzelnen Clips ein sehr breites Themenfeld auf Themen, die seit Beginn des Ausnahmezustands auch immer wieder von den Nachdenkseiten kritisch beleuchtet wurden So thematisiert der Clip des Schauspielers Volker Bruch beispielsweise das Klima der Angst Das gezielt von Politik und Medien geschürt wird Ich will wieder mehr Angst haben Denn ohne Angst habe ich Angst Deshalb appelliere ich an unsere Regierung Macht uns mehr Angst Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben Bleiben Sie gesund So Bruch Alle Clips vereint das Stilmittel der Ironie und Überspitzung Konzipiert sind sie im Stil der Aufklärungsvideos der Bundesregierung Die Schauspieler machen sich Sorgen und appellieren an den Zuschauer, die Maßnahmen der Bundesregierung zu befolgen Überzogen, mit ironischer Überspitzung Eine Groteske, die den Zuschauer erkennen lässt, wie grotesk die Maßnahmen und wie absurd die zur Zeit vorherrschenden Narrative doch eigentlich sind Dem Thema Angst nimmt sich auch der Schauspieler Richie Müller an Der sich ein Zwei-Tüten-Atmungssystem ausgedacht hat, um sich vor der Infektion zu schützen Wenn jeder sein System anwendet, so Müller, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr Ähnlichkeiten zu vergleichbar absurden Ratschlägen aus der Realität sind natürlich beabsichtigt Mitten ins Fadenkreuz der Leitartikler begibt sich Jan Josef Liefers, der es doch tatsächlich wagt, den Haltungsjournalismus aufs Korn zu nehmen Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört Nämlich ganz, ganz oben Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung Twitter-Zitat von Enno Park Zitat Ende Es war zu erwarten, dass die getroffenen Hunde nicht nur bellen, sondern sich sogleich bitterböse geifernd in Liefers Waden verbeißen würden Seine Argumentation sei, wirklich nur noch einen Steinwurf von gleichgeschalteter Lügenpresse entfernt So Thomas Lückerath, Gründer und Chefredakteur des in der Branche sehr einflussreichen Medienmagazins DWDL.de Sebastian Leber vom Tagesspiegel findet dieses Statement so schäbig, dass es wehtut Und Imre Grimm vom Redaktionsnetzwerk Deutschlands sekundiert Liefers, ventiliere die uralte Mär von den gleichgeschalteten Medien Getroffene Hunde müssen wohl so bellen, aber weiter im Inhalt Das Alleinsein der Eltern bei der Erziehung thematisierte Felix Klare in seinem Spot und bittet die zuschauenden Eltern Doch bitte ihre Kinder zu Disziplin und Hygiene zu erziehen und die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen Cem Ali Gültekin präsentiert seinen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie Er testet die Kinder in seiner Nachbarschaft auf Corona Manche bekommen davon einen Würgereiz und müssen sich übergeben, aber da kümmerten sich ja dann die Eltern drum Eine tolle Idee hat auch die Schauspielerin Katrin Osterode Sie hat sich eine Inzidenzregelung ausgedacht, mit der sie den Kindern Freiheiten je nach aktuellem Inzidenzwert gewährt Na klar, die Kinder, das sind wir Nina Gummig macht sich in ihrem Spot für Meinungsfreiheit stark und hat sich Stück für Stück von ihrer eigenen Meinung befreit Da die eigene Meinung krass unsolidarisch sei, zu mehr Infizierten führe und das gesamte Umfeld verunsichere Und für die Karriere sei es auch besser, keine eigene Meinung zu haben Das sieht auch Werner eng so und freut sich darüber, dass er in der Pandemie keinen eigenen Kopf mehr haben müsse Und er der Wahrheit vertrauen könne, die durch die Maßnahmen der Bundesregierung bestimmt wird Die Frage der Grundrechte schneidet Tina Marina Aigner an, die ein großer Fan von unserem Grundgesetz ist Die aber natürlich von Inzidenzwerten schlimmen Nachrichten aus anderen Ländern und Kurven abhängig seien, die irgendwo schnell in die Höhe gehen Miriam Stein macht sich Sorgen, dass zu wenig getestet wird Es könne ja nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben Man solle alle zwei Tage zum PCR-Test gezwungen werden, aber nur gegen Vorlage eines negativen PCR-Tests Treffer versenkt An der neuen Normalität erfreut sich Merit Becker, die gar nicht verstehen kann, wie sie auch vor Corona So lange mit den ganzen Viren leben konnte Überall Viren Doch das sei ja jetzt vorbei Unser Leben ist so viel schöner geworden So Becker In den ersten Reaktionen auf Twitter wurde den Schauspieler natürlich sofort unterstellt Als Privilegierte hätten sie ja leicht reden Doch genau dieses Argument greift nicht, macht beispielsweise der Clip von Nadine Dubois doch klar, dass es hier gerade um soziale Unterschiede geht Dubois freut sich, zu Hause zu bleiben, schließlich könne sie sich das ja leisten Es gäbe Menschen, die dafür sorgen, dass sie Pizza, Strom und Wasser bekommt Sie fände es jedoch nicht gut, dass diese Menschen dann am Wochenende aus ihren kleinen dunklen Wohnungen rausgehen und sich in den Park setzen Dann würde sie von ihrer Dachterrasse aus davon Fotos machen und sich auf Twitter darüber beschweren, wie schrecklich egoistisch diese Menschen doch sind Bravo Torsten Merten macht sich Sorgen, dass Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, so egoistisch seien und keinen Abstand halten Warum können diese Menschen nicht einfach auch in große Wohnungen, Häuser oder Villen ziehen, um Abstand zu halten Diese Treffer mitten ins Herz der selbstgerechten Lockdown-Eliten saßen In den Reaktionen rückten die üblichen Verdächtigen von Böhmermann bis Niggemeier die Schauspieler natürlich sofort in die rechte Ecke Twitter-Zitat Stefan Niggemeier Bekannte, geschätzte Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen mit ekliger Ironie gegen Corona-Maßnahmen Ich kann das gar nicht glauben, das ist grauenhaft Nicht nur von der Zielrichtung her, sondern vor allem in der Form Vielleicht ist es nur der Tatsache geschuldet, dass es gerade so frisch ist und alle so aufgeregt sind Aber es fühlt sich wie ein Dammbruch an Der größte Erfolg der Querdenker-Szene bisher Zitat Ende Den Vogel schoss diesmal der Financial Times-Redakteur und Twitter-Vielschreiber Olaf Storbeck ab Der sich bemüßigt fühlte, die Kampagne gleich mit einem Bild von Josef Goebbels in das rechte Licht zu rücken Twitter-Zitat Olaf Storbeck Zitat Ende Hätten sie doch nur alle Clips angeschaut Genau diese Reaktion war natürlich, so traurig es ist, zu erwarten und wurde von den Schauspielern bereits im Vorfeld antizipiert So bekennt Markus Gläser, dass ihm Haltung wichtig sei und er nicht in der rechten Ecke stehen wolle Und sich fortan Filmsets in runden Räumen wünsche, damit man ihn nicht in die rechte Ecke stellen könne Das gleiche Thema liegt Jens Wawritschek auf dem Herzen, der Angst vor Beifall von der falschen Seite habe Was aber als Schauspieler gar nicht so einfach sei, da von der Bühne aus die rechte Seite ja von den Rängen aus gesehen die linke Seite sei Um dieses Problem bereits im Vorfeld zu umgehen, distanziert sich Schauspieler Hans Zischler gleich von allen Von den Schwurblern über die Corona-Politik, dem Robert-Koch-Institut, von dieser Aktion bis hin zu allen seinen Mitmenschen und sich selbst So muss es heute wohl sein Es ist zu hoffen, dass diese Aktion ein Auslöser für einen breiten Protest in der Bevölkerung sein wird Das Hyperventilieren der Leitartikler zeigt bereits für wie gefährlich man die Wortmeldungen hält Mit Recht Schließlich sind diese Künstler auch vielen Bürgern bekannt, die nicht so intensiv in der Debatte stecken Und sich gerne trauen würden, auch mal den Mund aufzumachen, sich jedoch vom publizierten übergroßen Konsens in Sachen Corona einschüchtern lassen Diesen Konsens gibt es freilich nicht und so gebührt den 53 Schauspielern großer Dank, dass sie diese simple Wahrheit einem größeren Publikum rüberbringen Danke dafür Möge dieses Beispiel Schule machen Zu viele haben schon zu lange geschwiegen Update 23.04.2021, 10.30 Uhr Nun fordert mit Garel Dün, der erste Politiker, ein Berufsverbot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Schauspieler, die sich engagiert haben Besonders bekannt ist in diesem Zusammenhang, dass Dün Mitglied des WDR-Rundfunkrats ist Man stelle sich nur einmal vor, wie groß die Aufregung wäre, wenn in Russland ein Politiker oder Medienfunktionär eine solche Forderung kundtun würde Twitter Zitat Jan Josef Liefers und Tukur und andere verdienen sehr viel Geld bei der ARD, sind deren Aushängeschilder Auch in der Pandemie durften sie ihrer Arbeit zum Beispiel für den Tatort unter bestem Schutz nachgehen Durch ihre undifferenzierte Kritik an den Medien und demokratisch legitimierten Entscheidungen von Parlament und Regierung Leisten sie denen Vorschub, die gerade auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gerne den Garaus machen wollen Sie haben sich daher als deren Repräsentanten unmöglich gemacht Die zuständigen Gremien müssen die Zusammenarbeit, auch aus Solidarität mit denen, die wirklich unter Corona und den Folgen leiden, schnellstens beenden Viele Grüße, ein Rundfunkrat, WDR Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte